Es erinnert sich wie Harry Hirsch, der rasende Reporter. Heute haben wir noch einen übrig gebliebenen von gestern, vom Malmö-Match in Wien. Herr Smörensson, was sagen Sie zu dieser Spielleistung gestern? Herr Smörensson, was sagen Sie zu den Match-Things von heute? Ja, wir haben gut gespielt, der Ball ist eine Laufung, und Austria hat eine bessere Mannschaft. Sie haben den Ball weit gespielt, und wir haben nicht den Ball laufen. Wir haben eine Druckmockung, und Austria hat eine bessere Mannschaft. Ja, 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 ja. Er sagt eigentlich, dass Scheiße gespielt haben, und Sie gehen mit den Verhältnissen von Wien wirklich umgehen. Was ist Ihnen aufgefallen am österreichischen Fußball? What do you say to the football of Austria? Yes, the football from Austria is very faster than from Sweden, and your concentration is to Austria better gewesen, and to the Malmö-Match selbst. Also, wir können nur lernen, wie es ausfällt. Ja, er sagt eigentlich, dass das Match ziemlich gut war, die Österreicher sind gut beim Fußball und hin und her. Danke von Wien, thanks von Vienna, und... Das war Harry Hisch aus der Generale Arena. Danke!